Wo wird die weltweit erste Webseite online gestellt? Wo steht der weltweit größte Teilchenbeschleuniger und wo gibt es das weltweit dichteste Eisenbahnnetz? In der Schweiz, einem der führenden Länder für zukunftsweisende Infrastrukturen. Auch Pionierleistungen für den weltweiten Zahlungsverkehr kommen aus der Schweiz. SICK, das erste Real-Time-Gross-Settlement-System, revolutioniert in den 80er Jahren den Interbankzahlungsverkehr weltweit und setzt noch heute Standards. SICK ist die sichere und effiziente Drehscheibe des Finanzplatzes Schweiz im Zahlungsverkehr. Ganz gleich, ob bei Banküberweisungen, Lohnzahlungen, Wertschriftenhandel, Kreditkartenzahlungen? Jede Transaktion in Schweizer Franken läuft über das SICK-System. SICK verarbeitet hunderte von Millionen Transaktionen pro Jahr im Wert von 40.000 Milliarden Franken und mehr. Jede eingelieferte Transaktion durchläuft dieselben strengen Sicherheitstests und Qualitätsprüfungen. Nur wenn sämtliche Kriterien erfüllt sind, wird die Transaktion unwiderruflich und final verrechnet. Bei jeder Transaktion wird geprüft, ob genügend Deckung vorhanden ist. Falls nötig, versorgt die Schweizerische Nationalbank das System mit Liquidität und sichert von Gesetzes wegen das Funktionieren des bargeldlosen Bezahlens. Schweizer Infrastrukturlösungen sorgen auch in Zukunft für Innovationssprünge. Das gilt nicht nur für den weltweit längsten Bahntunnel, sondern auch für das neue, sicherste und schnellste SICK-Clearing-System. Seit 2016 setzt SICK auf modernste internationale Technologien und fördert die fortschreitende Digitalisierung von Zahlungsdienstleistungen. Wer neue Wege gehen möchte, ist und bleibt in der Schweiz bei der SICKs Interbank Clearing und beim SICK-Zahlungssystem in besten Händen. Mehr über die wegweisenden Infrastrukturlösungen des Finanzplatzes Schweiz erfahren Sie mit einem Klick. Willkommen bei SICKs Interbank Clearing.